Hallo meine Freunde des Millennium Falken und willkommen zurück zu Let's Play Legos, da was das erwachen, da macht man den LN16 und den Drah-Burschen. Wir sind immer noch dabei auf den Weg zu 100% mit dem Marcel an unserer Seite, den wir heute grüßen. Auch gegrüßt wird der Yannick. Mit Doppel-N und CK, außerdem ist noch der Vincent mit dabei. Und auch der Ferdinand, der darf nicht fehlen. Na, einer wäre auf jeden Fall eingefangen. Da war wohl jemand schneller, Chewie. Was meinst du? Denkst du, die würden teilen? Ich glaube, die müssen wir eher wir teilen. Oh, oh, ich wittere einige Schützsequenz, in die wir erstmal in Deckung gehen müssen. Natürlich. Ah, den Rundenstein haben wir leider irgendwie verpasst. Was hast du verpasst? Den Rundenstein, aber das war bestimmt so eine Machtsache. Also, den Rundenstein müssen wir erledigen. Plus dann noch das... Ah, lass mich noch vorbei. Okay. Aber man kann gar nicht auf die andere Seite rüber. Doch, man kann auch auf die andere Seite rüber. Dann gehe ich mal noch ein bisschen auf die andere Seite rüber und schieße da ein bisschen rum. Der Sniper schießt die ganze Zeit auf mich. Du musst das machen hier. Der Sniper... Warum? Ich erschieße den Sniper einfach. Wenn es recht ist. Das war aber nicht der Sniper. Der Sniper ist wo? Drüber? Nein. Da, wo der rote Strich aufhört. Ah, ja. Genau. Da. Oh, oh. Okay, ich kann nicht auf den Sniper ziehen. Manuell kannst... Achso, der ist zu weit weg. Ja. Ich kann da nicht rüberziehen. Der Sniper lässt dich... Oh Gott. Nein. Okay, der zieht mir nicht so viel ab. Ich habe ihn erschossen, der Sniper. Ja, und ich habe den... Den ganz großen Ding hast du erschossen? Ja, gut. Wow. Ja, jetzt nimmt das Level doch langsam Fahrt auf. Den haben wir doch... Wollen wir doch mühsam erstmal einfangen. Ähm... Wir brauchen... So leid es mir tut, aber wir brauchen... Den Buki. Ah, endlich. Ey, da gibt es ein Mini-Kit. Irgendwo links gibt es eins, ja. Nur wie kommt man an das Mini-Kit ran? Eins von fünf. Okay. Da kommen wir ja gar nicht mehr zu Wort. Ach, da oben ist das Mini-Kit. Ah, ich verstehe. Zwei von fünf. Weiß nicht, was ich kaputt gemacht habe, aber... Zwei von fünf wäre ja was. Ah, hier kann man es ziehen. Denn... Ich brauche dich hier unbedingt. Ach, ne. Das ist gar nicht. Okay, ne, passt. I do it myself. So. Und schon auf den Weg. Und, und, und. Ach, diese blauen Blumen muss man kaputt machen. Mini-Kit habe ich gerade gesammelt. Ja, und die blauen Blumen müssen wir kaputt machen. Eine fehlt noch. Irgendwo ist eine blaue Blume. Blaue Blume oder blaue Blume? Auf diese Tentakel muss man wirklich aufpassen. Da ist sie. Jawohl. Schön. Damit haben wir schon wieder ein Mini-Kit geholt. Jetzt wird das ja doch noch was mit den Mini-Kids hier. Oh, guck mal. Jetzt sitzt so ein Viech da. Ah, so ein Bräuchttrubier. Der kann nämlich rissige Sachen kaputt machen. Kostet allerdings 400.000, den zu kaufen. Und wir haben gerade mal 200.000. Dafür machen wir jetzt gerade über 200.000 Punkte, äh, Münzen. Ja, ich meinte ja, mit 200.000 meinte ich die, die wir haben gerade. Ja, aber wir haben ja nochmal 125, 130.000. Echt? So viel hatten wir noch? Cool. Bin mir jetzt nicht sicher. Eigentlich hätte das ja ein Schneegleiter sein müssen. Oder ja. So ein Gleiter von Hoth. Das hätte besser gepasst mit den Seilen. Das ist eins. Er mag definitiv Uki-Kekse. Das wurde aber auch Zeit. Okay, Chewie. Wir brauchen jetzt noch zwei von denen. Müssen die der Bessie sein? Was? Wir sind ja wieder ausgespuckt. Was? Wir sollen uns zwei fangen. Ich hatte mal mehr Leute. Gemein. Äh, what? Wir hätten doch noch zwei fangen müssen. Ja. Hey, wieso ist das Level schon zu Ende? Aber wir haben überall 400.000. Das stimmt, aber wieso durfte ich noch mich gefangen? Ähm. Das sind halt dann doch nicht die, äh, Schreiber von den Star Wars Filmen. Okay. Das merkt man halt, dass da ein paar Logiklücken drin sind. Ja, aber das ist kein Logiklück. Das Level ist einfach zu früh zu Ende. Die müssen doch, die haben die ganze Schiff voll gehabt bei den Viechern. Drei. Sag ich doch. Auf jeden Fall sind wir mit dem Minikit ein bisschen weitergekommen. Predator. Podrunner. Wir haben den Podrunner freigestattet. Heißt, wir können Podrunnen fahren. Oh, wenn man Podrunnen fahren könnte, das wäre so mega geil. Ja, auf Dingen. Auf Tatooine? Nein. Schade. Äh, in Episode 1 wird doch irgendein anderer Planet gesagt. Da gibt es einiges. Es gibt ja dieses Podracer-Spiel. Ja, pff. Podracer-Spiel. Als ob das Kanon wäre. Ist es nicht, aber da gibt es jede Menge Planeten, wo man fahren kann. Oh, wir haben ziemlich viele freigeschaltet, die man kaufen kann. Yeah. Dann verlassen wir das Level und kehren zurück zu unserem Millennium Falke, der hier natürlich erstmal zusammengebaut wird. Und dann gönnen wir uns, würde ich sagen, gleich den Typen, der die Wände einreisen kann, oder? Tu? Machen wir das? Das. Machen wir. Warum kann Grievous eigentlich die Wände einreisen? Grievous ist auch voll stark, oder etwa nicht? Schauen wir mal. Was kann Grievous? Truppenbefehlen. Kalte Blibite durchqueren. Es hilft nichts. Na, dann müssen wir uns den anderen wohl kaufen. Wo ist er denn? Müssen wir ihn noch finden. Spezialsturm-Truppe. Weißt du noch, wo er war? Na. Was soll ich mit suchen? Da, zwei rechts. Das ist der Größere. Zwei rechts. Zwei rechts. Ja, stimmt. Das ist der Größere. Grissige Gegenschützer stören, ja. Dann Hurid. Ah. Zeig ihn doch mal gleich. Da, oh ja. Oh ja. Wow. Kämpft auf jeden Fall cool. Der ist ja ganz schön agil. Ja. Im Film sieht er so langsam aus. Er hat es halt nicht nötig zu rennen im Film, aber eigentlich, ja. Eigentlich hat er es voll drauf. Äh, wollen wir das, die Partie hier mal machen? Können wir auch machen, wie du willst. Das ist, glaube ich, auch eine Mission, oder? Dejury Kampf. Wahrscheinlich. Ja, dann mache ich. Machen wir die auch noch gleich, die Mission? Ne, das ist, glaube ich, im Millennium Falke. Oh, okay. Das ist keine von den richtigen Missionen. Von diesen sechs Bonus-Missionen, oder wie viele es sind. Ach, das wird so ein, ach ja, so ein kurzes, wie das, äh, oder? Ja, wie das Rumgeballer wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ja, aber es ist ein Goldener Stein. Es ist ein Goldener Stein. Das ist das, was zählt. Es ist ein Goldener Stein. Ja, es sind nicht drei. Dejury Kampf. Die können wir dann auch als Charaktere freischalten, oder? Das wäre so cool. Also, ich denke, also, wenn wir sie hier spielen können, können wir da auch aus Charaktere freischalten. Oh, ja. Mal vier haben wir so gerne die ganze Zeit angeht. Ja, du. Alter, die Siegte, das ist, ich glaube, wenn man Münzen sammeln will, dann ist das hier die Mission dafür. Da kann man den Gernot. Aber Akwa habe ich gar nicht bei der Freischof an Charakteren gesehen, oder? Aber der Stand meine, standen hier auf der Rebellenbasis rum? Ich weiß nicht, oh, da ist ein Framwerfer. Ja, da kommen wir schon die anspruchsvolleren Gegner. Oh, ja. Ha, ha, ha. Hast du gesehen, wie ich ihn zerrissen habe? Nee. Jawoll. Wir haben keinen Multiplikator, keinen Kampfmultiplikator, leider. Doch, jetzt mal drei. Mal drei, mal drei, mal drei, mal drei, mal vier. Jawoll. Na, kommt doch her, ihr Mistviecher. Oh, ja. Oh, das macht viel Geld. Ja, ja. Die Mission lohnt sich auf jeden Fall. Ich wurde ruhig gerade umgebracht, aber auch wiederbelebt. Der Große ist schon cool, aber der kämpft zu langsam. Der Kleine ist besser, der kämpft schneller. Na, fass mal. Mit einem Schlag fass mal, Lely. Ich hab mal zwei Multiplikator doch auch, normal. Schnell alles einsammeln, bevor es wieder weg ist. Alter. Oh Gott, von was werden wir angegriffen? Keine Ahnung, aber es ist tot. Zumindest das, was mich angegriffen hat. Ja, doch, das ist witzig. Das ist so umzusetzen, den Wellenkampf. Ja. Das ist vor allem ein witziger Wellenkampf. Ja, eben. Warte, war das ein Ork? Ich glaube nicht. Oh, jetzt kommen sogar die Größeren. Ja. Welle abgeschlossen. Sammel du mal viel ein. Das ist ein Multiplikator. Ich bemühe mich, ich bemühe mich. Oh, so viel los hier. Warte, den hast du schon gemacht. Die kämpft so ein bisschen wie Hulk. Der kämpft auch so. Als müsste er den nicht gerade haben. Oh, Kylo. Oh, Kylo, ich's persönlich. Und weckes ab. Mit einem Schlag den Kylo ausgeschaltet. Letzte Welle schon. Schade. Auf den Boden mit dir. Auf den Boden der Tatsachen zurück. Sechs müssen wir noch besiegen. Nein, ich bin tot. Auch die werden wir besiegen. Da waren es nur noch drei. Oh, das ist ja einer von uns. Wir haben ja auch noch so einen kleinen mit dabei. Ja. Wenn ihr den auch nochmal gesehen habt. Einer noch irgendwo. Ich nehme aber einen von den großen. Damit kann man... Oh, der Rancor. Oh, okay. Rick, copy getötet. Kylo, 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 Kylo. Drück du, Kylo. Habe ich. Haut drauf und drück Kylo. Habe ich. Äh, meine Dreh zu langsam. Jetzt. Okay. Ich bin auch tot, verdammt. Gibt's nochmal Münzen? Oh, okay. Komm, die Million Münze. Nein. Können wir das kaputt machen, das Ding? Ja. Du nimmst die rechte Seite, ich nehm die Seite hier. Die linke Seite. Jawoll. Boah, das ist 900.000, fast 800.000. Jetzt weiß ich, wo man die ganzen Münzen herbekommen soll, um die Charaktere zu machen. So. Tyaricam. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Jawoll. Das kann man schon häufiger spielen, oder? Ja, das kann man auf jeden Fall spielen. Wenn wir nochmal Münzen brauchen, später würde ich sagen, spielen wir es auf jeden Fall nochmal. Ah, ja, siehst du, du kannst die Viecher tatsächlich kaufen. Molator, Monarch. Hätte jetzt nicht gewusst, wie sie heißen, aber man kann sie kaufen, das ist cool. Aber mein Viech gibt's nicht. Oh, ist zu groß gewesen wahrscheinlich. Nein, ich hatte das mittelgroße. Ach so, ich bin mit einem ganz großen Viech rumgemarschiert. Das gab's aber, glaube ich, auch nicht zu kaufen. Aber coole Sache. Ja, vielleicht gibt's das ja nochmal woanders, oder so, so eine Station, wo man das spielen kann. Vielleicht gibt's da nochmal neue Viecher, oder so. Könnte natürlich sein. Schau, ob wir noch einen Charakteren haben. Wen wir uns kaufen könnten, wer sich lohnt, auf jeden Fall. Halt, die sind nicht freigeschaltet worden. Ne, sind sie nicht. Wo waren die denn? Ja, hier waren sie in der Ecke, links unten, oder? Es sah so jedenfalls so aus, als wären sie in der Ecke links unten gewesen. Rechts unten saß sie auch. Ja, rechts unten meine ich auch. Ja, ja, sind sie aber nicht. Doch, hier, links unten sind sie, Entschuldigung. Links unten sind sie. Bei mir, links unten. Ach, die sind aber schon freigeschaltet. Ja, die sind schon freigeschaltet. Die könnten wir gleich nehmen. Molator! Ja, aber meiner ist wirklich nicht dabei. Och, Mann, ey. Den einen kann man auch gar nicht nehmen, der ist zu groß hierfür. Der kann wahrscheinlich dann ziehen. Ja, toll, hätten wir uns den anderen gar nicht kaufen müssen. Ja, Stärkegriff. Ne, er kann Stärkegriff nur verwenden. Rissige, doch, er kann auch rissige Sachen feststellen. Der Mantellin, Savrip. Rissige Lego-Stände. Ja, okay. Jetzt hätten wir uns den anderen gar nicht kaufen brauchen. Oh, nein. Aber 100% Drachenbursche. 100% eben. 100%? Wir haben hier noch zwei goldene Steine, die wir holen sollten. Stimmt, die holen wir mal. Ich schau dir, weil noch was es für Charaktere hier gibt. Ja. Ich. Erste Ordnung-Mission können wir ja auch annehmen. Da haben wir ja alles. Kalte Gebiete, Giftbogen. Uns fehlt momentan wirklich nur. Oh, Ankerblatt. Ja, Anker, aber da bringen wir uns auch nicht zu. Versteckte Gegenstände finden, haben wir das? Ich denke schon, dass wir das haben. Da können wir auch den hier kaufen. Der kostet ja nur 50.000, den ich hier gerade habe. Aber erst nicht Anker. Ja, komm, nimm Anker. Nimm Anker, hau ihn raus. Kannst du den Anker gleich mal zeigen? Der ist ja winzig. Hey, das geht ja nie. Ach, weil er auf dem Millennium Falke ist. Ja, wie geil. Stimmt, natürlich, klar. Zimmerne Gegenstände konnten wir mit Chewbacca zerstören. Goldene können wir mittlerweile auch zerstören, oder? Ja. Wer konnte Goldene zerstören? Der Kuss. Ah, KS, genau. Der konnte der Superkampf drehen, der konnte Goldene zerstören. Die Fischtypen brauchen wir noch. Ja, stimmt, ja. Die Fischtypen, da brauchen wir noch jemanden. Ich bin mal im Cockpit. Brauch mal Admiral Ackbar. Der wäre wahrscheinlich ganz billig, der Fischtyp. Wo auch immer er ist. Mal gucken, ich gucke mal, ob Ackbar, ob wir den haben schon. Müsste ja irgendwo bei A sein, wenn er irgendwo ist. Sind die nach Alphabet geordnet? Ja, die sind in den Lego-Spielen mittlerweile immer nach Alphabet geordnet. Admiral Statura. Ja, nein. Ackbar brauchen wir. Aber der müsste ja bei AK sein. Der müsste bei Admiral sein. AD. Ach stimmt, bei A. AD. Admiral Statura, ja. Da ist er. Da links daneben. Gesperrt. In keiner Form gibt es ihn. Was? Ja. Wieso nicht? Weil wir wahrscheinlich noch in der Mission die spielen müssen. Okay. Ihn befreien müssen. Das wundert mich jetzt aber. Na ja, egal. Ach, da ist der goldene Stein für BB-8. Google Drive funktioniert nicht mehr. Oh nein. Das trifft mich hart. Äh, ich hole mal. Das sieht so nach einem Rennen aus. Wo ist ein BB-8? Wo ist das? Vielleicht müssen wir die Charaktere auch... Vielleicht müssen wir erst zu den Charakteren hinlaufen und sie freischalten. Das könnte auch sein, dass wir zu ein paar Charakteren hinlaufen müssen. So, ich spiele das jetzt mal. Huch. Ah, nee, das ist ein Rennen. Ja, das ist ein Rennen. Und es ist... Huch. Den musst du einfach durchrollen. Aber... Nein, das geht nicht. Da kommt er leider nicht rüber. Gab es eine bestimmte Zeit, die du schaffen musstest? Ja, guck doch. Geh aus dem Weg. Bin ich nicht. Siehst du da oben die Zeit nicht, oder was? Ja, ja, doch. Aber nee, in der Gesamtzeit meine ich, in der du es schaffen musst. Keine Ahnung. Weil sonst gab es nicht mehr mal eine Gesamtzeit. Ja, bei Dimensions. Ich glaube, wenn du viel gedrückt hast, dann wirst du insgesamt schneller. Ja, aber ich komme da nicht über die Kanten drüber. Das habe ich ja vorhin probiert. Okay, okay. Dann bin ich ja an der Kante hängen geblieben. Gehst du mal aus dem Weg. Wahnsinn. Alter, sich da extra wunderschöne, dass du nicht hinkommst, gell? Rennen beendet. Goldener Stein. Haben wir sonst hier schon alles? Ach, das bin ja doch ich gewesen. Sorry. Sorry. Ja, du standest die ganze Zeit im Weg. Sorry, komm nicht wieder vor. Warum habe ich das meins zu gesagt? Weiß ich nicht. Weil du gerne was sagst. Du gerne redest. Deswegen sind wir ja hier. Ah, ich nehme mal wieder hier. Den einzig wahren. Ist er cool oder ist er cool? Nicht Luke? Luke hatten wir. Also die, die... Ne, ich glaube Luke hatten wir. Also vielleicht die Anfangsversion von Luke. Das Schapramenti. Ich glaube aber den fertigen Luke hatten wir noch nicht. Wo ist Luke? Hier ist auf jeden Fall... Warte mal. Hier ist noch irgendwo... Waiter, 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 Waiter. Muss ich bei D sagen. L. 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 Ah, da ist er. Da oben. Skywalker Episode 6. Achso, hast du? Okay. Ah. Geh mit. Auch schon. Hi, Hi Papi. Servus. Hi, bist du stolz auf mich? Ja, so ein bisschen. Hast du schon ganz gut gemacht. Hast länger gelebt als ich, von daher. Was schon. Hier müssen noch irgendwo welche versteckt sein von diesen Sachen, die wir rausziehen müssen aus der Wand. Da muss es auf jeden Fall noch irgendwo welche geben, hier im Schiff. Rasein in den Falken. Alles zerstören. Wie kannst du nur, wenn du irgendwie hier roten Sachen siehst. Ah, da ist eins. Ich bin Luke, ich bin auf der dunklen Seite. Das stimmt so nicht. Außer, wenn du einen unkanonischen Teil von Star Wars... Ach, der wird immer noch als goldener Stein angezeigt, obwohl wir den schon haben. Geh ich ja. Das Rennen. Ne, das ist der, was ich gerade geholt habe, der goldene Stein. Ja, aber der andere gelbe Punkt. Achso. Der andere gelbe? Die anderen zwei gelben Punkte sind die zwei Missionen, die wir schon gemacht haben. Echt? Okay. Ja. Im freien Spiel gibt es da nicht nochmal was. Das haben wir aber noch nicht. Das hier ist zum Beispiel. Das haben wir noch nicht. Willst du das mal probieren oder soll ich das nochmal machen? Aber wozu brauchen wir, wir brauchen es für der Carboniten, ne? Ja, soll ich das nochmal probieren oder willst du das nochmal machen? Äh, wo bist denn du? Hier bin ich. Bei dem, beim Lilan denn. Beim Lilan? Mir wird kein Lilan das ange... Zeit. Etwa doch? Wir können auch noch ein bisschen sparen, weil dann können wir uns die nächsten roten Steine kaufen. Und momentan brauchen wir ja sonst keine Charaktere. Ja. Willst du das jetzt mal machen hier? Ja. Sonst hätte ich jetzt nicht zu BB-8 gewechselt. Gut, da muss jetzt hier der Land das richtiges Mal richten, nachdem ich verkackt habe, letztes Mal. Keine Musik? Ne, für dich gibt's keine Musik. Oh cool. Die musst du dann machen. Ah, kacke. Oh, gleich zum Zweimal der Rissport. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Und es ist vor allem ziemlich lang. Ich dachte auch mal, kannst du irgendwie schießen? Ne, man kann nicht schießen. Ne, man kann runterspringen. Wenn's zu viel wird, kann man runterspringen. Das war mit X übrigens. Ich hab X gedrückt. K. Das ist, glaube ich, relativ clever, relativ nah hinten an den Viech zu fliegen. Ja. Weil dann sie... Nein, bei manchen Sachen kann man einfach nicht ausweichen. Ja, bei manchen Sachen sieht man einfach viel zu spät. Das ist wahrscheinlich klug, so relativ weit unten zu fliegen, weil dann kann man den unteren Sachen ausweichen. Zum Beispiel gerade eben bist du zwar echt durchgeflogen, aber es hat nicht gezählt. Ah. Konnte sich nicht entscheiden, wie er fliegen soll. Ist gar nicht so leicht, diese Stelle. Oh, gleich doppelt erwischt worden und gleich... Was? Die haben dir drei dafür abgezogen. Das war gemein. Ein Leben hat der Len noch. Der nächste Treffer ist tödlich. Ich meine, ich hätte es weiter geschafft, dass der Len... Pfff. Uh. Schwer, schwer. Also ein Versuch will ich... Oder machst du nochmal? Ne, ich hab ja schon gewechselt. Len hat keinen Bock mehr drauf. Dann werde ich es aber auch nochmal probieren. Einmal... Ein Versuch will ich noch. Und wenn nicht, dann machen wir das wann anders. Dann schauen wir erstmal, was es hier sonst noch so gibt. Es gibt ja auch noch Missionen und sowas. Dann verlassen wir erstmal den Rasenzeichen. Was für ein Karbonit würden wir daraus bekommen, bitte? Ich weiß nicht, wie ein Charakter wir hier bekommen. Normalerweise Han Solo, ja. Ich krieg wieder Musik. Ich bin Spiele 1. Da kriegst du auch den ganzen Welt schon. Den hattest du auch. Er bewegt sich schneller, wenn man es mit dem Stick macht. Aber habe ich festgestellt. Ja, ich hab es ja auch mit dem Stick gemacht. Ne, ich hab es gerade nochmal ausprobiert, weil ich es auch mal mit den anderen Tasten probieren wollte. Den konnte ich nicht ausweichen. Hätte ich oben rumfliegen müssen, aber da war es schon zu spät für wahrscheinlich. Ah! Da hätte ich direkt nach oben durchstarten müssen. Oh, das war knapp. Das ist nicht cool, die Mission. Das ist echt nicht cool. Da war ich auch schon. Alter, das kann man nicht schaffen. Das kann man nicht schaffen. Ja, ich bin eh gleich weg. Ja, du hast es geschafft. Ja, wie? Wie habe ich es geschafft? Egal, ich hab es geschafft. Alter, mit einem Leben. Die Karbonit-Steine können wir uns ja auf der Rebellenbasis kaufen. Momentan lohnt sich das eh noch nicht, da hinzugehen, weil wir momentan erstmal noch auf weitere rote Steine sparen sollten. Aber weißt du denn auch, dass sie was kosten? Ja, klar, alles kostet was. Okay, ich glaube, stark von... Ja, aber irgendwann kommen wir ja eh in die Rebellenbasis. Aber was haben wir denn jetzt alles hier echt gemacht? Ja, gehen wir doch einfach zur Rebellenbasis. Wollte gerade sagen, haben wir jetzt alles hier gemacht, was es gab? Ja, haben wir. Sicher? Ja. Sehen wir ja gleich. Gehen wir nach Dakar. Da sieht man es ja unten. 1, 1, 1, 0. Wir haben alles gemacht. Sehr schön. Aber man kann auch direkt die Mission annehmen, das ist gut. Dann gehen wir nach Dakar. Nach Dakar. Zur Rallye Dakar. Auf Dakar landen. Ah, okay, die beiden Missionen haben wir ja schon gemacht hier. Aber das ist gut, dass man da direkt die Missionen auch annehmen kann. Ja, man sieht auch direkt, was man braucht. Das ist sehr gut. Das waren alle vier, die auf einmal blingen. Okay. Keine Ahnung, was es war. Aber wir haben es auch... Das ist aber ein cooler Ladebildschirm. Erinnert an Lego Dimensions, aber es ist cool. Na, schauen wir mal, was es hier noch gibt. Eine Mission gab es auf jeden Fall, aber ich glaube, da brauchte man mehr goldene Steine. Da fehlen uns momentan einfach die goldenen Steine. Also eine konnte man machen auf Widerstandplaneten auf Dakar. Stimmt, die wir ganz am Anfang bekommen haben. Genau, die C3PO. Junge. Wieso sage ich es mal falsch? Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Junge. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht wüsste. Junge. Dann machen wir doch gleich die Mission, oder? Was für eine Xbox hast du? Die C3PO-Version. Ja, der Controller ist C3PO, der ist golden. So, jetzt schauen wir aber erstmal, wo wir... Jetzt haben wir ja BB-8 dabei. Ja, das ist richtig. Oh, das ist neu hier. Was ist das denn? Das ist für BB-8. Der Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann verpasst du in Zukunft garantiert keine Videos mehr von mir. Und natürlich lohnt es sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram-Seiten vorbeizuschauen. Die Links zu denen und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.